Leute, 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 wir haben heute noch was vor. Nils, Hallöchen, dass du hier bist. Wir haben nämlich heute ein Überraschungspaket bekommen. Das packen wir heute im Stream auch noch aus. Und es ist für Nessis World. Ich bin gespannt, was drin ist. Oh mein Gott, weil ich glaube, ich weiß, was drin ist. Ich habe mich ausgesehen gespoilert. Ich habe mich, glaube ich, selbst gespoilert ausgesehen, weil ich hatte was auf meine Wishlist gesetzt. Und an dem Tag hatte ich es vor dem Stream auf die Wishlist gesetzt und danach, nach dem Stream, weil ich hatte, das war ziemlich spontan, letzte Woche, Freitag war das nämlich, weil da hatte eine Streamerin mitgestreamt. Wir hatten ja diese Streaming-Runde, da hatte eine Streamerin mitgestreamt und ich hatte ihre Wishlist abgecheckt. Und war so, oh, das setze ich auch mal einfach. Einfach just for fun auf meine Wishlist, ne? So, und dann war ich nach dem Stream nochmal auf ihrer Wishlist und war so, boah, da ist noch was, was mir gefällt. Komm, ich setze das auch nochmal auf meine Wishlist und bin einfach nur mal ganz kurz meine Wishlist durchgegangen und dann war ich so, da steht eine Sache, ist weg. Okay. Und ich glaube, das ist die Sache, die da drin ist. Und wenn es das ist, dann ist es echt krass. Okay, Leute, 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 wir packen jetzt dieses Mystery-Paket aus, denn ich kann echt langsam nicht mehr warten, es reicht jetzt genug geladet, denn ich glaube, ich weiß, was drin ist. Also das Paket ist 0,6 Kilo schwer. Und wenn da wirklich das drin ist, was ist das? Oh mein Gott. Hier könnt ihr hinkommen, Nessi. Oh mein Gott, wirklich jetzt? Die aufgeregte Nessi. Ja, darf ich auch sein, Leute. Wenn ihr wisst, was hier drin ist, ihr könnt ja nochmal hier in den... Oh mein Gott, ich habe ein Overlay die ganze Zeit aus. I'm sorry, warum sagt ihr nichts? Was kann da drin sein? Es wiegt auf jeden Fall 0,6. Und es ist so groß. Ungefähr so groß wie mein Gesicht. Elefantenkacke. Okay, start. Ein Stern. Hm, ich weiß es. Oh mein Gott. Ist es wirklich von dir, Michael? Es ist von Santa mal wieder. So, ist es hier offen? Ist es da offen? Oh mein Gott. Ich habe Angst. Kein Plan, was drin ist. Es ist blau. Es ist das, was drin ist. Oh mein Gott. Steht ihr da was Blaues? Oh mein Gott, ich bin richtig nervös. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Ah! Es könnte wirklich laut werden, Leute. Okay, erst mal dieses Ganze. Moment, ich kann nicht hingucken. Oh mein Gott. Nee, ist sie komplett am Ausrasten. Denn gleich kann doch irgendwie auch hier liegen. Oh mein Gott. Ah! Es ist ein Stream Deck. Oh mein Gott. Nicht wirklich. Ihr habt mir ein Stream Deck geschenkt. Holy moly. Ist es von Michael? Ist das von Santa? Santa, wo ist deine Nachricht? Wo ist deine Nachricht, Santa? Moment, die ist von Amazon die Nachricht? Hier. Von Michael. Von M9X3. Das Stream Equipment gehört vervollständigt. Oh! Dankeschön. So krass, einfach nur. Ich habe das einfach, ich glaube, ungefähr einen Stream, weil ich das halt bei der Streamerin gesehen hatte, dass sie das drauf hatte. Deshalb war ich so, ich setze es auch einfach mal auf meine Wishlist und gucke einfach mal, was passiert. Und, tada! Und das hier ist passiert. Oh mein Gott. Ich habe einfach ein Stream Deck. Dankeschön, Michael. Holy moly. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Was macht man denn mit dem Stream Deck? Da kann man ganz viele Szenen beispielsweise draufsetzen. Ich habe den Skymini schon gefragt. Dem habe ich es auch erzählt. Ich so, oh mein Gott, weißt du, was passiert ist nach dem Stream, den wir gerade eben gestreamt haben? Ähm, ja. Wie teuer ist sowas? Es ist teuer. Es ist wirklich teuer. Holy moly. Es ist ungefähr so teuer wie der Greenscreen, den Center mir auch schon geschenkt hat. Oh mein Gott. Ich komme nicht drauf gleich. Holy moly. Dankeschön. Da kann man ganz viele verschiedene Szenen draufsetzen. Also, dann drückt man einfach nur aufs Knöpfchen und dann wechselt das beispielsweise zwischen den Szenen. Oder man kann beispielsweise, okay, das am Mikro, Myrten mache ich jetzt nicht drauf, weil das kann ich am Mikro ganz schnell. Zack, seht ihr? Okay, ihr habt es gesehen. Das geht auf jeden Fall am Mikro mega einfach. Das könnte man aber rein theoretisch auch hier draufsetzen. Und man kann ganz viele verschiedene Sachen draufsetzen und sowas. Das ist voll geil. Das werde ich auf jeden Fall alles kennenlernen. Mega geil. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe einen Stream Deck. Wuhu. Dankeschön, Michael. Danke. Richtiger Santa einfach. Ah, ich kriege es nicht richtig auf. Oh mein Gott. Da ist wirklich was drin. Es ist wirklich was drin. Wie geil. Also alle Knöpfchen drücken, weil ich einen Tick habe. Okay. So. Ja, jetzt ist überall mein Fingerabdruck drauf. Ich habe überall drauf gedrückt. Okay, gut. Oh mein Gott. Okay. 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 Ich zitter richtig, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe ein Stream Deck. Ich komme nicht drauf. Klar. Oh mein Gott. Einfach nur. Okay. Wie mache ich das hier? Oh mein Gott. Ich habe Angst, es kaputt zu machen. Hier traue ich gar nichts. Okay. Das ist nur die Halterung. Aha. Das hier ist ungefähr wie ein, wie ein, wie heißt das? Wie eine Liegewiese? Nee, Liegewiese. Boah, ich kann nicht mal mehr sprechen. Das hier ist ungefähr wie so ein Liegestuhl. Einfach so aufbauen. Und jetzt kommt das Stream Deck drauf. Tada. Und das muss ja noch angeschlossen werden. Oh mein Gott. Ich habe Angst, dass es runterfällt. Holy moly. Okay. Jetzt habe ich schon wieder ein Knöpfchen gedrückt. Jetzt muss ich alle Knöpfe drücken, Leute. Sorry. Ich habe einen Tick. Okay, gut. Oh mein Gott. Standfuß, Stütze, Halterung. Oh mein Gott. Moment. Ich muss das jetzt hinstellen. Jetzt seht ihr das zwar nicht mehr. Moment. Wo stelle ich das denn am besten hin? Ich bin zwar rechtshändig, aber da steht immer mein Tee. Prioritäten sind gesetzt. Der Tee muss auf jeden Fall da bleiben. Oh mein Gott. Wie geil. Ich schreck die ganze Zeit die Knöpfchen durch. Bloß nicht fallen lassen. Nein, auf keinen Fall. Oh mein Gott. Nein, nein. Das habe ich direkt hier so draufgestellt. Oh mein Gott. Okay. Boah, Leute. Ich kriege richtig Gänsehaut, ey. Ich habe richtig Gänsehaut. Oh mein Gott. Schreibe mich schon auf das Ergebnis. Boah, ich bin auch gespannt. Holy moly. Oh, da kann man auch so Bilder draufsetzen. Und Smileys kann man auch draufsetzen. Wie cool. Man kann auch Ordner draufsetzen. Man kann auch das Mikro kommen. Wie ich vorhin schon gesagt habe. Mikro muten und sowas. Oh mein Gott. So geil. So geil. Dankeschön. Dankeschön, Michael. Heftig einfach nur. Moment, ich muss das auf die Nachricht hier draufschreiben, was da drin war. Weil das behalte ich. Diese Zettel von Amazon, die behalte ich immer. Also hier ist dieser Zettel von Amazon. Ich will keinen Namen. Deshalb habe ich es gerade so gezeigt. Und ja. So. Holy moly. Und das mache ich dann immer in so eine Schublade. Und da weiß ich, okay, das und das kam dann und dann. Oh, ich habe das Datum nicht draufgeschrieben. Welches Datum ist heute? Heute ist der 15. 15.1.2020. Genau. Und das mache ich dann immer in die Schublade. Und dann gucke ich mir das manchmal an. Das ist voll schön. Saukrass. Oh, Nessi hat jetzt ein Stream Deck. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Einfach nur krass. Holy moly. Holy moly.